Vielleicht darf ich dir ja die Angebote vom 9. bis 14.09. vorstellen. Eines meiner persönlichen Highlights ist der Knaller von Knoppers mit 1,49 minus 31 Prozent. Oder kann ich dich vielleicht für Tomaten begeistern? Auch die kosten diese Woche nur 1,49 Euro. Immerhin sind's Cocktail oder Rüspentomaten. Und für ein schöneres Zuhause könnten wir uns überlegen, ob wir Besen-Hightipp für 2,49 Euro anschaffen. Nur du und ich. Und damit das Ganze knackig bleibt. Wie wär's mit deutschen Radieschen Klasse 1 für 1 Euro, wenn man 2 kauft? Was ist Schnäppchen? Und Liebe geht ja nun mal bekanntlich durch den Magen. Was könnte da besser helfen? Als Mühlenhof frisches Schweine-Colomblé mit Gouda und Kochschinken gefüllt. Wenn der heiße Käse dann beim Anschneiden rausläuft.